Hallo, es ist wieder 10 Freiheitsfreitag und ich bin hier in München auf der Outdoor-Messe, Outdoor bei ISPO. Und ich bin stolz, euch die komplette Familie der Functional Exercise Footwear vorzustellen. Nimble Toast, Nimble Toast Trail, Nimble Toast Jog 2.0, dünne Sohlen fürs Fitnessstudio, profiliert für den Trail und dick fürs Joggen in der City. Was die alle gemeinsam haben, ist das Charakteristikum von Functional Footwear, nicht verhandelbar, breitest über die 10 asymmetrische Formen. Wir haben ein großes Launch Event hier gestern auf der Messe, ich gebe euch einen Sneak Peek. The human foot is designed to be foot shaped. The widest base is across the toes, speaking about sensory input. Shout in your ear like this! That's too loud, that's too much sensory input. For the runner, from thin to rugged to thick, depending on the sensory feedback that you want, or the thickness and protection you might need for your foot. The wide asymmetrical toe box in the front for Functional Footwear. Und ich sehe euch wieder nächsten Freitag, habt ein schönes Wochenende. Ciao!